Der Schlegelmulcher aus dem Bayer Meatpark, robust und leistungsstark mit überzeugender Mulchqualität. Gut gemulchte Pflanzendruckstände eignen sich idealerweise zur natürlichen Bodenabdeckung bzw. als organischer Dünger. Der Bayer Schlegelmulcher liefert für diese ökologische Verwendung die passende Leistung mit optimalen Mulchergebnissen bei hohem Gras, Wildwuchs wie auch Baum- und Heckenschnitt. Beim Schlegelmulcher ist das Arbeitsorgan eine sich schnell entgegengesetzte Fahrtrichtung drehende Welle, an der zahlreiche bewegliche Messer befestigt sind, die sogenannten Schlegel. Um den Schlegelmulcher in Betrieb zu nehmen, betätigen Sie zuerst den Drehzahl-Regulierhebel in Maximalstellung. Zum geradeaus fahren den Handhebel für die Differenzialsperre am rechten Lenker leicht anheben, bis die Sperrklinke gelöst wird. Nun noch am linken Lenker den roten Sicherheitshebel drücken und den Kupplungshebel anziehen, bis die Sperrklinke einrastet. Bevor Sie den Motor starten, öffnen Sie den Dieselhahn und ziehen das Dekompressionsseil. Durch kraftvolles Ziehen des Reversierstarters wird der Motor des Schlegelmulchers angelassen. Nun den stufenlos einstellbaren Drehzahl-Regulierhebel auf Mittelstellung für eine geringere Drehzahl des Motors. Über den Rasthebel kann die Lenkholm- Seitenverstellung aus der Mittelstellung werkzeuglos nach links oder rechts geschwenkt werden. In gewünschter Positionierung den Rasthebel wieder nach unten ziehen, bis er einrastet. Diese Option ermöglicht ein gutes Handling an Hanglagen und auf beengtem Areal. Über die rechte Schaltstange kann von der Neutralstellung die Fahrtrichtung rückwärts oder vorwärts angesteuert werden. Über die linke Schaltstange lässt sich die Getriebeübersetzung des ersten, zweiten wie dritten Ganges ansteuern. Zur Aktivierung des Mulchers den Sicherungsbügel neben der Schaltkulisse lösen. Die Schnitthöhenverstellung erfolgt stufenlos über eine Handkurbel und bewegt sich zwischen 30 bis 290 mm. Der kraftvolle Dieselmotor des Einachsers mit Schlegelmulcher erbringt eine Leistung von 7,4 Kilowatt. Mieten Sie den Schlegelmulcher aus dem Bayer Mietpark und nutzen Sie den Einachser auch mit weiteren Anbauwerkzeugen im Landschaftsbau, der Forstwirtschaft, im Kommunen oder im eigenen Garten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020